Ribbon Titles in DaVinci Resolve in 3D und wie man sie macht? Tja, das werde ich dir in diesem Video nicht erklären, weil dazu hatte ich schon einen Livestream gemacht, aber du kannst ja eins for free downloaden und ein ganzes Pack, wenn du mich unterstützen magst, ebenfalls im Shop downloaden. Und ich zeige dir heute, wie man sie installiert und wie man sie einstellt, was man damit machen kann. Viel Spaß dabei! Für die Installation solltest du zu allerersten mal das zip-Archiv entpacken, also mit Rechtsklick drauf alle extrahieren. Damit erhältst du einen Ordner und in diesem Ordner ist eine Installationstext-Datei drin und eine .drfx-Datei. Und jetzt möchtest du in DaVinci Resolve reingehen, aus deiner Effekt-Library hier oben unter Effects eine Fusion-Komposition reinziehen, in Fusion gehen. In Fusion gehst du auf deine Effekt-Library, auf Templates und dann auf die drei Punkte hier oben und klickst auf Show Folder. Anschließend kannst du dann in den Ordner, der sich jetzt gerade aufgemacht hat, deine Ribbon-Title.drfx-Datei reinziehen und wenn du dann hier auf Templates unter Ribbon suchst, solltest du sie schon sehen. Falls du sie allerdings in Fusion findest, aber noch nicht in der Edit-Page, dann solltest du DaVinci Resolve nochmal neu starten. Und dann findest du sie auch. Zurück in der Edit-Page kann ich jetzt meine Fusion-Komposition löschen und unter Titles hier oben mal nach Ribbon suchen. Und da findest du diese Ribbons hier und ich zieh mir mal den Arrow hier rein. Diese Titles sind komplett zeitresponsive. Das heißt, du kannst sie länger ziehen, du kannst sie kleiner ziehen und die Animation stretcht sich dementsprechend mit. Und im Inspektor kannst du dann natürlich hier alles ändern, wie zum Beispiel den Text, die Größe und auch die Position des Textes. Und unter Ribbon kannst du dann sowas einstellen wie die Farbe des Ribbons. Oder du gibst dem Ganzen einfach hier da, wo Solid Color steht, ein Gradient und kannst ihm jetzt einen Farbverlauf geben. Außerdem kannst du das Aussehen des Ribbons noch ein bisschen ändern, indem du zum Beispiel das Ribbon-Displacement runter nimmst und somit wird das Ribbon flacher. Und wenn du das Displacement hochnimmst, dann kommt es eher raus in 3D. Außerdem hast du die Möglichkeit, die Rundheit, also die Roundness von dem Ribbon zu bestimmen. Wenn du das nämlich ganz nach unten fährst, dann wird es nämlich so ein richtig scharfkantiges Ding. Okay. Und wenn du das Ganze biegen willst, hast du hier den Bend-Parameter, mit dem du das Ganze in X biegen kannst. Aber du kannst sie nicht nur biegen, sondern du kannst es auch twisten. Dann kannst du das Ganze auch so ein bisschen in sich verdrehen, was ziemlich cool kommt, wenn man nämlich noch hier die X-Rotation verändert. Und wenn du das Ganze dann irgendwo hin schieben willst, kannst du hier unten auf die Transform-Controls gehen und das Ganze von deinem Window aus dahin ziehen, wo du es haben willst. Super easy. Und damit nicht genug. Du kannst in diesem Preset 1 zu 1 einsehen, wie ich das Ding gebastelt habe. Du kannst nämlich hier oben auf diesen kleinen Fusion-Zauberstab gehen und damit öffnest du dieses Makro hier in Fusion. Und wenn du einen Doppelklick auf die Gruppe gehst, dann siehst du ganz genau, wie ich das ganze Ding erstellt habe. Und ich habe dir natürlich zu jedem auch noch eine kleine Beschreibung in Deutsch und in Englisch gepackt, wie das Ganze erstellt wird und was hier was macht. Und wenn du wirklich mal Schritt für Schritt durchgeleitet werden willst, was es da für Techniken gibt, dann schau dir doch mal hier den Livestream an. Ansonsten guck dir hier kostenlose Presets an für DaVinci Resolve. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.